Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei 4cry6 und dem Josef Collaps DSC Ich befinde mich jetzt unten rechts auf der Map, hier sehen wir es nochmal ganz gut bei der Glaubensprüfung für den Granatwerfer Ähm, auch eine Mainwaffe, werde ich auf jeden Fall mitnehmen Oh ne, Racketenwaffe verpisst, sicher Äh, so, schnell die Truhe aktivieren und los geht's Piss, ich hasse den Typen Okay, der ist tot, nice Ach, was ist denn hier los? Und rett mal ne Runde, Jungs Oh, diese Granatwerfer Raketenwerfer meint, wie ich die hasse Feuer löschen Ah, hier Wuhu, baby Da liegt nur ein Nate rum Was legen denn hier für Granaten oder Minen von den Idioten rum? Was ist denn mit dem? Ich will grad drüber springen Okay, springen ist nicht Ah, es war close Das war verdammt close Wir haben 4 von 22 Na, das kann auch lustig werden hier So, ja, zweck das gut Die Mate oder Mino muss auch weg, ganz wichtig Hallo Wuhu Richtig, die Typen hast du, ne? Ja, brennt mal ne Runde, Jungs So eine scheiß Bankfest Oder was? Halt's ab So, hier oben schalten noch mehr rumzulungern Genau, da oben Da oben Oh Gott Ich hab mich schon sterben sehen sehr cool ich dachte das war auch freude wir brauchen die hälfte wenn du tatsächlich bei der schrub bleiben soll ich glaube ich hier echt das war gefahren wenn man nicht trifft die Kordi Treppe hoch war es normal auch oder Gott verdammt Raketenwerfer Alles explodiert und ich weiß nicht warum. Das war jetzt aber nicht freundlich, Kollege. Einfach mehr Munition in dem Ding. Es geht doch. So, heilen. So was haben wir hier rumliegen. Geht damit. Zweite Luft. Oh, das könnte man... Früher oder später kaufen, weil ihr alle Felder frei ist und warum ich euch jetzt so... Gerade so was, wenn wir im Schiller von A nach B kommen, das kann man immer mal mit reinnehmen. Eigentlich eigentlich auch Claymore. Ich hab vorher auf Wingschweißen können. Egal. Ging ja auch so, meine Freunde, es ging ja auch so. Und nun, meine Damen und Herren, ich präsentiere den... Die Trophäe, weil ich alle Waffen habe. Äh, den Granatwerfer. Oh, ja. Oh, mit Visier war man so ein Scheiß-Ding. Oh, ja. Alter, ich muss noch die Kriegsmaschine von Kot. Aber, ja. Äh, ja. Das wird uns auf jeden Fall hart den Arsch retten, dieses Vieh oft genug. Und... Ja, Freunde. Das war der Granatwerfer. Wir haben mittlerweile alle Waffen. Das ist schon mal schön. Jetzt geht's ans Aufleveln und Prüfungen und bla bla bla. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.